Hallo, ich grüße dich. Für die heutige Übung sitzen wir mit ausgestreckten Beinen. Die Zehen kannst du nach oben ziehen zur Decke. Streck die Arme parallel zum Boden aus, die Handflächen zeigen nach unten. Wenn wir ausatmen, lehnen wir uns so weit wie du kannst nach vorn und wenn wir einatmen, lehnst du dich ungefähr 30 Grad zurück. Das ist unsere Übung. Beginnen wir zusammen. Es ist auch voll okay, wenn die Bewegung nur sehr klein ist nach vorn. Mach so viel wie du kannst. Lass die Knie auf jeden Fall gestreckt, damit du den optimalen Effekt aus dieser Übung hast. Wir kräftigen unsere Lendenwirbeln, auch den Ischias, denen wir stärken auch noch mal so die Nierengegend und regen uns allgemein auch im Nacken. Lockern wir uns. Genau, dann machen wir weiter. Versuch, die Arme parallel zum Boden zu halten und die Schultern gesenkt zu lassen. Genau, wenn es bei dir eine kleine Bewegung ist, ist das völlig in Ordnung. Zum Abschluss setze ich aufrecht hin, Atme tief ein. Streck die Wippsäule noch mal ganz nach oben und atme wieder aus und spüre für dich nach. Das war's für heute. Tschüss!